Eserlund wird wahrscheinlich in den ersten Minuten überraschen. Wie kann man sie stoppen? Ja, es ist eine schwierige Arena zu spielen, es ist laut, ihre Fans kommen. Und wie du sagst, sie kommen wirklich hart am Anfang. Wir müssen einfach smart und einfach aus dem Anfang spielen. Wie wichtig werden die Spezialteams morgen? Ja, das ist wirklich wichtig. Sie haben eine wirklich gute Power-Play. Sie haben uns verletzt, sie haben uns immer alle Spiel wir spielen. Aber wir haben eine gute Planung und wir haben über Video versucht zu stoppen. Und für uns, wir haben sehr erfolgreich gegen sie in unserer Power-Play. Es ist einfach so, es geht um die gleichen Dinge zu machen, machen gute Passes und schießen, wenn es da ist. Und einfach zu behalten und gewinnen die Pucks. Und wir haben die letzten Hälfte der Saison ziemlich heiß. Und wir müssen einfach weitergehen. Wir haben jetzt einen langen Weg nach Iserloom. Was machst du auf dem Bus? Ja, es ist Zeit für alle uns, zu kommen auf unseren iPads und zu sehen, und nicht zu denken über Hockey für ein paar Stunden. Und wir spielen die Karte ein bisschen, haben wir einen Nachmittag. Und es ist einfach unser Zeitpunkt, bevor wir alles wieder aufhören und gehen morgen. Bis zum nächsten Mal.